Eine geschlagene Stunde, sozusagen. Ich bin doch schwanger, sozusagen. Ich würde ihn sozusagen gern erst beenden. Ich kann sozusagen sehen. Es ist sozusagen eine vertrauliche Sache. Sozusagen bei mir vorbeischauen. Weil es vertraulich ist, sozusagen. Sie wissen, dass Sie oft sozusagen sagen? Ohne Sinn, ohne Bedeutung. Sozusagen, sozusagen, sozusagen. Mein Papa, sozusagen. Mein Mann, sozusagen. Das war das Sushi von heute, sozusagen. Ich bin müde, sozusagen. Sozusagen. Ich brauche sozusagen dringend eine Erfrischung. Dann ist er sozusagen zu Hause. Eine Tasse Kaffee, sozusagen. Hörzeit. Sie haben eben dreimal sozusagen gesagt. Habe ich auch gehört.